Bewegt dich zur nächsten Zone. Macht mein Scope! Es ist halt so weird broken einfach nur. Es ist so weird broken! Moin und willkommen zu einer neuen Runde enlisted. Wir spielen Modus Invasion auf der Mapfestung. Ich habe hier wieder meine altbekannten Jungs am Start. Wir spielen natürlich auf Seiten der deutschen Wehrmacht. Beziehungsweise hier ja der Italiener. Ja, wir müssen verteidigen. Schön. Okay. Keiner weiß, wo die Feinde kommen. No one knows, where the Kampf from. But, das wird Cialanala. Ziel in Sicht. Wo denn? Oder hinten kommen sie? Eieieieieiei. Eieieieiei. Und dann halt einfach gleich wieder so bad. Mashallah. Oh mein Gott, das knallt aber richtig rein hier. Wir gehen runter. Wir haben keine Distanzwaffe. Wir haben nur die MP. Hier. Wenn wir die Jungs gleich mal heimsuchen hier. Warte, dann haben wir der erste hier. Tschüssi. Ich will mich auch. Nein! Hey, wer blockt mich denn da? Oh, kacktee. Kaktus. Der ist weg da oben. Nice. Hier geht es halt wieder komplett ab. Das war ganz schlecht, dass da passiert ist. Der lebt halt noch. Lebt er noch? Ich weiß es nicht. Hilfe! Eieieieiei. Hier, hier. Hier. Die Jungs, ich kann... Oh man, er hat halt auf mich gecampt. Aber wir haben Beacons. Wir haben... Boah. Der Child hat schon wieder richtig auf den Ohrmuscheln hier. Hoho. Mann, Mann, Mann. So, wir spielen Sniper. Wir chillen uns als Sniper da rein. Schön irgendwo ins Unkraut. Dann werden wir die abfacken, die Jungs. Das war so richtig schön. Dann war einfach einen und den anderen. RIP machen. Den Boden der Tatsachen zurückschicken. Hier irgendwo Stellung beziehen. Jo, ganz entspannt. Irgendeiner schießt von irgendwo. Aber das ist ganz schlecht, was da passiert. Der ist RIP, oder? Muss so sein. Muss so sein. Ja. Ich hab doch gar nichts gemacht. Hier irgendwo hinlegen, der Nice. Aber wenn das mit der Range so passt. Oh lol. Einfach vorbeigeschossen. Ja, ich muss doch... Jo. Teph und wo, Alter? Oh, ganz close. Nice. Alter. Oh mein Gott. Tramba. Geknipst. So, wir müssen schnell nachladen hier. Gestreckt. Hier ist halt so viel Gedachs, ne? Ist halt schon mal mega dumm hier. Ein, kommt ein Panzer. Müsst ihr selber wissen, aber ich hätte da keinen Bock drauf. Da sehe ich mich aber nicht. Ey, Panzer ist markiert, aber so weit vorne. So weit vorne einfach nur. Neben meine Jungs noch? Ne, die sind alle RIP, ne? Ah, das wäre zu nice gewesen. Haben wir gekillt. Stehe halt einfach wieder ganz vorne, an der Front. Oh mein Gott. Der will es wissen. Ganz close. Oh. Noch eine Packung rein. Abfahrt. Oh, ich schau jetzt aber richtig. Loll. Recht als der Scope einfach ist, ne? 16 Schuss. Oh, 16 Schuss habe ich noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sind sie denn? Ich sehe... Hier wird markiert. Es wird markiert, aber ich sehe halt keiner. Oh, da hinten ist das ganze Spawnwolf. Fuck. Oh, ich treffe die halt nicht. Oh mein Gott. Noch mal nachladen. Wir stecken noch mal eine neue Schachtel rein. Und schauen wir noch mal nach hier. Was passiert hier? Ich habe ihn, ich habe ihn euch markiert, aber... Von wo, Allah? Tschüss, brah. Das hat geschallert. Aber der heilt sich jetzt wieder, oder? 100%... Ey, da ist noch einer. Da will einer pushen. Den haben wir jetzt leider geschreckt. Oh, schön. Der war drauf. Nein! Lol, hinter mir. Mann! Aber wir halten uns gut. Wir haben uns hier schön eingenistet. Das ist ganz gut eigentlich, was hier passiert. Das ist mega nice einfach nur. Aber es ist halt so laut auf den Ohren. Marschallechmeet. So, komm. Abfahrt. Ja, 15 Kills. Aber ganz okay hier. Norbert passiert da drüben. Wollt ihr jetzt Caption, oder was? Nee, nee, nee. Gibt es hier nicht. Also, es gibt viel hier, aber Caption gibt es hier nicht. Hey, lol. Nein. Marschallah, Granate. Für Fortnite. Oh mein Gott. Den habe ich ja gar nicht gesinnt. Schriftige Granate. Nein. Er hängt halt an der Map. Nein, it's so lost, der Dude. Boah, was hat er denn für eine Wumme? Lol. Oh shit, jetzt sieht es ganz. Das ist kritisch. Ey, die Oma hat das jetzt halt mit einem Zug durch. Lol. Beacons, alles weg. Hä? Nee, hier können wir noch spawnen. Ja, hier rein. Rein in die Olga. Lol. Jetzt spawn ich trotzdem noch da vorne, oder? Wir ran an die Gun. Nein, der ist out of range. Nein. Lol. Lol, es parkt so hart. Ey, es ist so lächerlich einfach. Ey, ich war im Scope und mein ganzer Squad ist... Nee, die sind noch nicht alle down. Nee, nee. Zwei sind tot. Ach, du Scheiße. Ich muss halt gleich weg hier, ne? Lol, meine... Das ist meine... Ey. Ach, ich muss nur da draufklicken. Lol. Wäre ein bisschen verkackt, ne? Ist hier noch irgendwo wer? Nee, oder? Bewegt dich zur nächsten Zone. Ey, was macht mein Scope? Es ist halt so weird broken einfach nur. Es ist so weird broken. Raus. Ey, was macht meine rechte Maustaste, Allah? Ich fang jetzt da vorne ab, Allah. Manchmal ist da bei Ripke, ist mir das egal. Wo ist er? Jetzt gibt's hier Buschbrand, Allah. In your fucking face. Lol, ich hab einfach die Palme angezündet. Lol. Lol, Lucky. Es kommt halt immer rein und raus. Hau sie weg, Allah. Hau sie alle weg. So. Lol, die Palme da hinten brennt halt immer noch. Ey, das Scope, was scopedet denn? Lol. Ey, ist meine Maustaste broken? Never, oder? What the fuck? Wie sieht das denn aus, wenn ich hier... Ne, ist nicht broken. Ist einfach Müll, was hier passiert. Geht sich aus. Oh, die Stücke hier, komplett. Gar nicht so viel Schaden bekommen. Lol, den haben wir auch schon wieder verloren. Hä, was machen meine Jungs? Leute. Marschall... Ah, okay. Hier geht's richtig ab. Alter, knistert's gleich so. Alles klar. Wo sind sie denn alle? Hier? Oh ja, er ist halt komplett lost, der Dude. Ah, mal kurz gescoped für dich. Gescoutet. Ich einfach fucking correct bin. Alter, irgendwer botzt da richtig rein. Oh, fuck it. Haben wir den noch gehabt? Ich glaub, ne? Der war mein Schiss. Ei, ei, ei. Jetzt auch noch einer. Tschüssi. Nein, der ist nur genockt. Kill it. Weg mit dir, danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist halt mega offensiv, der Dude. Der weiß halt gar nicht, wo er hin will. Er läuft einfach gegen die Wand. Haben wir. Jawohl. Er kriegt halt... Boah, was schallt er... Der knallt nicht richtig wahrscheinlich wieder. Ei, ei, ei. Hätte jetzt auch noch einer lang. Ah. Du müsstest selber wissen, aber es ist halt nicht so geil. Oh, fuck. Der knallt. Bruder, ich hab Panzer markiert für dich. Vielleicht hast du Bock, vielleicht auch irgendwie nicht. Keine Ahnung, nevermind. Ah, ich glaub, kein Bock. Ich hab noch länger die 14 Schuss. Der kniffte. Also, holy... Das war's. Acht Schuss. Acht Schuss noch. Aber, mein Mate... Ja, vier Schuss. Vier Schuss, dann war's das. Oh, mein Gott. Ey. Ey, Mann. Wie dumm. Was für eine fucking dumme Scheiße. Aber auch, ey. Fuck it. Mann. Könntest du nicht spawnen? Hallo. Darf ich hier mitmachen? Danke. So, bin ich jetzt gespawnt, Alter. Irgendwo in... Hä? Ich muss hier raus. Danke. Ja, nach vorne. Drauf auf den Punkt, Alter. Hier. Oh. Maschala. Lol, er scoped halt um die Ecke rum. Lol. Und killt mich aber komplett. Nein, und ich hab nur die Sniperino. Lol. Oh, fuck it. Verwortiger Zugriff, Alter. Boah. So, rein. Bunkeranlage safe, soweit. Ei, 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 ei. Holy. Holy moly. Mhm. Okay, wir haben jetzt diesmal... Ah, jetzt wär die Snipersoberf. Lol. Jo, da hinten kämpft einfach einer. Bruder, muss los. Ey, yo, der killt mich wieder vorher. Mann. Nimm an den Flieger? Ne, wir... Ne. Ich spiel'n Bodenpersonal einfach nur. Unsere Flieger sind je. Oh, shit. Das hat gerade... Mann, das geht... Ey, der Spawn ist so verwirrend einfach nur. Raus. Hey, hier. Sind schon mega viele durch, einfach nur. Ja, der macht halt einfach nix, okay. Boah. Da eine etwas dickere Bombe, die hier gerade gedroppt wurde. Lade nach. Rein. Abfahrt. Ich bin so schlecht einfach hier. Ich glaube, das muss jetzt aber hinten, Alter. Yo. Immer noch Leute. Von wo? From wer? Einfach nur. From wer? Ey, das verlieren wir jetzt hier wieder. Mann, Leute. Raus. Raus. Alle raus. Ey, unser Panzer. Es steht alles bereit. Und hier dann sowas wieder. Tschüss, Alter. Burn, Alter. Burn. Ja, vorher ist man verteidigt. Sehr gut. Ja, Überzahl geschafft. Ah, da drin ist jemand. Oh, 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 oh. Sorry, Bruder. Das hat gebrannt. Kuss. Küsst dein Auge einfach nur. Da oben ist auch... Oh mein Gott. Also verbündeter Flieger, ne? Kennst du. Hier kommen mal wieder Leute, ne? Boah. 500-Kilo-Bombe fickt halt einfach alles. Raus. Raus. Erste Hilfe. Reingeschallert. Hoch. Abfahrt. Oh mein Gott. Sind da... Boah. Da schnitzeln die richtig rein, die Jungs. Eiskalt schnitzeln die da rein. Ice cold einfach nur. Holy shit. Kann ich von hier hinten snipen? Das wäre so nice. Natürlich nicht, ne? Kann ich hier von irgendwas... Oh, hier kann ich hoch. Da könnte Werf sein. Ja, hoch da. Nice, danke. Lol. Einfach nur just lol. Hoho. Ey, wir haben es wieder verloren. Ey, Mann! Vielleicht in der Fresse. Hier sehen sie die Säcke. Zack. Hey da. Zack, weg. Weil es wäre jetzt heftig gewesen, wenn ich den... Den ice ich aber. Oh, ist mein Mate okay. Ich dachte gerade, was er hier will. Okay, hier kann keiner sonst rein. Da kann ich ganz wirf sein. Haben wir. So, wo sind die nächsten? Hier haben wir. Allah hinten läuft einer rum. Große Distanz. Oh, da willst wissen. Willi will's wissen. Tschüssi. Nachladen. Dodgen. Dodgen. Und... Was sind die nächsten? Ah, da hinten. Treffen wir aber nicht, ne? Und wie kacke. Hey, Leute, Hilfe. Ich habe so viele. Hallo. Der checkt das nicht. Nein, ich muss schon wieder nachladen. Nein. Bless you, a la bless you. Leute, er war nicht drauf. Aber schon vorgerüben. Alter, scheiße. Alter. Ja, komplettes Down-Syndrom einfach. Lol. Ey. Hä, ich war drauf. Lol. Es geht halt gar nichts mehr, ne? Es geht halt gar nichts mehr. Hier sind so viele Dudes am Start. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Lol. Geklärt. Rauf auf die Kiste. Rauf. Steigst du bitte ein. Fahr. Nein. Gib Gas. Gib Gas. Nein, die Kiste fertig. Der will mich. Lol, ich habe... Lol. Rip. Marierino. Wir müssen irgendwie hier hinkommen. Das hilft mir nix. Ich muss fahren. Alter, das ist dumm. Das ist einfach dumm. Das schöne... Lol, er packt halt immer noch in Bono. Das schöne Mg-Moppet einfach nur. Ja, jetzt spielen wir halt. Komplett offensiv. Also jetzt... Drauf auf den Punkt. Wir gehen rein. Wir gehen einfach rein. Wir verteidigen das jetzt. Wir haben noch zwei Punkte. Da gibt es kein Durchkommen jetzt mehr. Jetzt ist es vorbei. Ah, nein. Über meinen, da gehe ich einfach schnell trip. Macht auch nix. Ey, wo ist er denn? Ey, was ist das denn? Weg. Alter, what the fuck? Die sind alle down. Lol. Er ist der Einzige, der noch lebt. Mach mich stolz, Pré. Mach mich stolz. Walter Pausinger, mach mich stolz, Pré. Wo waren die denn? Alle da hinten irgendwo. Leute, ich kann ihn nicht killen. Jetzt aber. World War II. In 20 seconds, Alter. Alles eskaliert komplett. Jeder gegen jeden. Hier geht es einfach ab. Hier geht es einfach ab. Ihr habt noch 263 Tickets. Aber, das darf nicht reichen für die, ne? Das darf nicht reichen. Also. Ne, die sind drauf. Ne, die sind nicht. Ne. Umkämpft. Punkt ist umkämpft. Push a la push. Push hin a la push. Lauf. Weiter, 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 weiter. Die brauchen Manpower am Punkt. Die brauchen Manpower. Drauf. Vorbei. Abgewehrt. In den S gewährt einfach nur. In den S gewährt. Jetzt machen wir hier mal den Move. Können die erstmal kacken gehen hier. Das Rippe, die Rino. Jawohl. Alle weg, alle weg, alle weg. Hoch, runter, hoch, runter. Zap, zap, zap. Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Boah. Das hat geschallert, Alter. Nice. Kann ich hier die Waffe aufstellen? Das wäre so OP einfach. Jo, kann ich. Ist er rieb? Ne, er lebt noch. Jetzt ist er rieb. Tschüssi. Schönes Weekend und reingeschissen einfach nur. Für real die Waffe aufstellt. Für real einfach nur. Lol. Wie übertrieben einfach nur. Wie übertrieben ich die Waffe aufstellen kann. Lol. What the fuck, man. Lol. Jetzt geht's nicht mehr. Lol. Lass mich hier die Waffe aufstellen. Bitte. Was war das denn? Was war das denn? Ach du Scheiße. Hier, Panzer, ne? Panzer. Spawnen. Das haben wir auch neu, ne? Jo. Das ist neu. Dann haben wir. Haben wir. Hilfe, ganz viele Dudes und Dudin's. Nice. Ach, das Schall hat. Ey, das dürfen wir nicht verlieren, ey. Never ever. Nein, der hat einfach meinen Schuss abgefangen. Lol. Drauf. Leute, drauf. Full Attack, Alter. Full Attack. Open up, Alter. Geil. Nein, ihr kann ich nicht durch. Scheiße. 41 Meter, 40 Meter, wir sind dran, wir sind dran, wir sind dran. Nein. LoL, wie weak. Ey, was war das denn? Scheiße. Jetzt reicht's. Ab in die Luft, wir holen den Flieger jetzt erstmal weg. 100 Ticks. Ey, der Flieger triggert mich so hart einfach nur. Kommt, gönnen Abfahrt. Was ist denn da unten ist er? Geil denn irgendwie spoten? Ne, geht natürlich nicht, ne? Weil, ne, können wir nicht machen. So, wer ist jetzt der Feind hier? Ja, ne? Ich hoffe mal, er ist der Feind. Ist er der Feind? Bist du der Böse? Yo, er ist der Böse. Danke schön. 300 Punkte geschenkt. Nice. 2.500 Punkte, Ehre. So, wo ist er? Der nächste hier ist der nächste Flieger. Ist auch ein Feind, ne? Ist auch kein verbündeter Flieger. Nein, das ist ein... Ja, doch. Ah, es ist so dumm. Die haben alle schon richtig dicke Bomber und so und ich hab halt noch gar nichts. Alter, das ist halt kacke, ne? Kann rein Luftüberlegenheit sichern. Mehr kann ich leider nicht machen. Hm. Ist halt dumm, aber das waren geschenkte 300 Punkte. Mein Pilot freut sich. Schön. Eintreffer gelandet und passt. Herrlich. LOL. Was passiert hier schon wieder? LOL. Was war das? Hallo. Was war das aller? Ne Anti-Air-Explosive? Never. Ne, muss aber so sein, ne? Geht ja gar nicht anders. Noll. Ey, wo sind wir denn jetzt schon wieder reingespawnt hier? Raus, Leute. Raus. Raus. Weg. 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 Nein, ich muss nachladen. Weg. Wechsel. Wechsel. Nochmal wechseln. Kann ich an der MG? Ja, dann an der MG. Komm, schau, dass ich weg einfach. Oh, hier gibt's abgetrennte Beine. Ei, 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 das sieht ein bisschen anders eckig aus, aber passiert schon mal. So. Wir machen das im Game-Moped. Wir machen das im Game-Moped. Wir wirklich. Wir ziehen durch. nein und dahinten kämpft einfach einer tschüss da ganz oben der da oben der da oben will schallern da oben kam ich mal jungs wir fahren hallo ich bräuchte hilfe habe ich doch irgendjemand der vielleicht bock hat nicht nicht heute nicht scheiße kacke nicht fahren kann ich auch nicht nein ich kann nur nicht was eine dumme kacke aber auch naja gut 58 tics haben die jungs noch das reicht jetzt ein kleines auf das wissen die auch dass wir jetzt kommen die immer so richtig abmeiern die jungs denn irgendwann ist auch gut hier haben sie gesagt so ich stelle jetzt einfach dahin und jeder der raus ich kann da nicht durch nice jaja bin schon da mein panzer von wo ich treffe nicht jawohl ich treffe ihn alles sofort in bereitschaft aber gesteckt oh mein gott sponen da viele oh mein gott nein er hat mich aber mit dem bajonek gerippt einfach wie wie ein mongo so leute noch mal drauf hier drauf wenn wir das noch verlieren da ist es richtig dumm richtig dämlich richtig dämlich richtig dämlich wenn wir das nochmal verlieren hier da die jungs ab ins mg ab ins mg moped hallo ich habe keine waffe schießen kann ich aber jetzt ist aber einer hier meine waffe ist halt einfach for real unsichtbar einfach nur ich frage jetzt einfach nur wie lol raus ich muss hier raus aber wir können auch einfach hier so bleiben ne aber das ist halt kacke oah zurück auf schlachtfeld fahr lol es ist so dumm die kiste ist jetzt gerippt ne tschüss aller da kommen die nächsten jungs tschüss genockt tschüss jetzt gibt es nicht damage aua nice sehr sehr geil sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut puh das war mal eine heftige runde level up nice schönes ding here we go haшие ją web die parameter cloud oder hier die gewehr kompanie und da geht es dann ab sturzkampf geschwader 3 das könnt ihr schallern das war's mit der runde einlistet ich hoffe euch hat es gefallen und wir sehen uns bei der nächsten runde macht sich gut macht es besser auf wieder schauen und reingehören tschüssi